hallo und herzlich willkommen bei einem neuen video eurer gameplayerin wir sind heute wieder in star stable und zwar gibt es jetzt aktuell noch bis zum 22 mai das trail reiten das ist eine tradition auf jorvik mit der man den frühling und die freundschaft feiert und zwar sind wir jetzt hier oben also nicht ganz durch bis nach feierruf sondern hier so auf halbem weg sage ich mal da war was eingezeichnet so ein pferdesymbol da stehen wir jetzt und ich kann es jetzt leider nicht mehr anklicken das ist jetzt ich habe das nämlich jetzt eben angeklickt ob es auch wirklich hier ist schauen wir uns mal um das sind rote bänder ich glaube das geht hinten geht das den weg rum wir reiten einfach mal hier den bändern entlang ich weiß jetzt nicht ob das jetzt richtig ist ein bisschen schnell es soll angeblich vieles entdecken zu entdecken geben und es soll 100 xp genau 100 xp dafür geben jetzt sehe ich gar keine bänder mehr und schon wieder eine einleitung zu einem reitclub da ist ein band da auch also wir sind auf jeden fall noch auf dem richtigen weg aber hier ist jetzt irgendwie kein rennen gestartet und nichts das ist jetzt ein bisschen seltsam ich konnte mir das jetzt wie gesagt auch leider nicht durchlesen weil ich euch das jetzt eigentlich zeigen wollte und das vorlesen wollte aber jetzt kann ich den text nicht mal anklicken also das war auf dieser tafel wo wir unten vorstanden da oben sind auch noch mal bänder und die post ist da so entschuldigt bitte ich musste jetzt mal eben stoppen weil die post nämlich wo gerade angekommen ist sind wir da wirklich rüber da hinten da ist noch so ein ding ich glaube hier ist der weg ich habe nur keine ahnung was man jetzt machen soll also ich reite jetzt hier einfach nur durch die gegend die dinger zünden sich an ich habe ein bisschen panik dass ich gleich mit dem pferd runter fliege ja hier oben gibt es ein lagerfeuer das ist schön aber nicht das was ich erwartet hatte ja und nun ich habe keine xp bekommen ist denn hier irgendwie noch einen anderen weg den man reiten kann ja habe ich vielleicht irgendwo was vergessen oder so ach da hinten ist ein ausguck ach da kann man noch durch gucken durch das teleskop das ist ja halt nett gemacht die gegend aber den hier ist nicht angegangen eben anscheinend aber ob das jetzt der grund ne moment die sind jetzt ach so die gehen wieder aus ok ja also ähm außer spesen nichts gewesen was das für ein reiten sein soll verstehe ich ehrlich gesagt nicht ich habe jetzt keine xp bekommen wie es jetzt da ähm so schön geschrieben war vielleicht lag das jetzt auch daran dass ich zwischendurch kurz pause machen musste weil gerade der nette amazon boot an der tür geklingelt hat also nett deswegen weil er mir das gebracht hat worauf ich heute schon sehnsüchtig gewartet habe nämlich einen film aber ja also ich wüsste jetzt nicht woran es liegt oder warum ich jetzt hier keine punkte bekommen habe ich weiß auch nicht warum man das jetzt nicht mehr anklicken kann man kann das wohl mehrmals am tag machen stand da drin aber das ist natürlich schlecht möglich wenn man das nicht mehr anklicken kann deswegen ja zurück ist es jetzt ein bisschen kompliziert finde ich hihihi ähm ja aber wir sind jetzt gleich wieder da hier ist das lagerfeuer wo es gestartet hat so und hier rechts da war eigentlich die stelle ähm ja die stelle wo das ganze gestartet hat aber irgendwie möchte der wohl nicht so ganz ähm dann würde ich jetzt mal einfach sagen dass ich das video hier mit beende ähm leider sehr traurig bin dass ich keine punkte bekommen habe und auch keine ahnung habe wie ich hier punkte bekommen soll weil ich habe ja alles gemacht ich bin den bändern entlang geritten vielleicht lag es wirklich an der geschwindigkeit aber ich kann es ja leider nicht nochmal wiederholen ja das ist halt ein bisschen blöd gemacht aber okay wenn ihr vielleicht noch einen tipp dazu habt weil ihr wisst wie das geht oder wie man da die punkte bekommt dann schreibt es mir doch bitte in die kommentare das event geht ja noch elf tage vielleicht schaffe ich es dann noch ähm ja ja auch mal ein paar punkte zu kriegen also das ist auf jeden fall dieses äh event gewesen da stand nämlich im text eben was mit trial reiten und dinge entdecken und rotes band und ja ich bin jetzt ehrlich gesagt völlig ratlos das hört man wahrscheinlich auch also wie gesagt wenn ihr mir da was zu sagen könnt dann bitte schreibt es in die kommentare damit ich vielleicht doch noch was von diesem event habe ansonsten sage ich mal einfach bis zum nächsten video bis dann ciao